Heute, was darf ich bei einer Krankschreibung? Grundsätzlich ist erstmal alles erlaubt, was den Heilungsprozess nicht stört. Was man als krankgeschriebener Mensch darf und was nicht, hängt immer von der Krankheit und der persönlichen Situation ab. Anders gesagt, es kommt drauf an. Einkaufen, Medikamente besorgen, ein Stadtbummel, ein Spaziergang oder ein Kino- oder Restaurantbesuch sind erlaubt, wenn keine Bettruhe verschrieben ist, beispielsweise bei einem gebrochenen Arm. Wer aber wegen einer Grippe oder eines Magen-Darm-Infekts krankgeschrieben ist, sollte besser zu Hause bleiben. Will man krankgeschrieben verreisen, muss auf jeden Fall derjenige zustimmen, der während der Erkrankung die Kohle bezahlt. Also erst der Arbeitgeber und dann die Krankenkasse.